Im Europäischen Parlament wurde eine Initiative gestartet mit dem Ziel, den Sonntag als wöchentlichen Ruhetag in der Gesetzgebung der Mitgliedsländer zu verankern. Es handelt sich um einen Vorschlag, der von dem Kardinal von Lissabon für sehr unterstützenswert gehalten wird. Erzbischof Louis-Martinez Sistach hat bekräftigt, dass der Verlust des Sonntags als Feiertag und die Erweiterung der Arbeitszeit und Feiertage, an denen die Geschäfte geöffnet sind, zu einem Anwachsen der Zahl von Menschen führen würde, die in diesen Stunden und an diesen Tagen arbeiten müssten. Wenn der Sonntag als Feiertag verloren ginge, können sich viele Menschen nicht mehr ihren Familien widmen. Dieser negative Effekt auf das Familienleben ist sehr wichtig, weil Ehe und Familie vitale Institutionen für das Wohl des Einzelnen und für die Gesellschaft selbst sind. Es wäre im Hinblick darauf wichtig, deren Wert zu würdigen, um einem Prozess der vollständigen Liberalisierung der Arbeitszeiten vorzubeugen. Kardinal Martinez Sistach, der den Sonntag als den wichtigen Tag der Ruhe, der Freude und Gemeinschaft definierte, bekräftigte, dass alle Mitglieder der Familie ausreichend Zeit füreinander brauchten, um zusammen leben zu können und in gegenseitiger Liebe und Aufmerksamkeit zu wachsen. Kardinal Martinez Sistach, der den Tag der Ruhe, der Freude und Gemeinschaft,